Als Supermans Eine-Erde-Regime genauso scheiterte wie sein eigenes auf Korugar, zog sich Sinestro tief ins All zurück, um über seinen Niedergang nachzugrübeln. Lange Zeit schien Angst die stärkste Emotion zu sein, um dem Universum Ordnung zu bringen. Doch sie reichte nicht aus. Verzweifelt warf Sinestro die Macht des Sinestro-Kors gegen die Lebensentität, den Hüter der weißen Energie-Batterie. Am Ende blieb Sinestro siegreich und hatte nun die Kraft eines White Lantern. Kein Gegner würde ihm trotzen können. Das Licht des Green Lantern-Kors würde er zuerst auslöschen.